was geht ab leute und herzlich willkommen zu tomys watch bevor ihr euch wundert warum ich am wochenende keine videos hochgeladen habe das war nämlich der grund weil in unserer stadt am wochenende eine veranstaltung war mit livebühne liveband und verschiedenen ständen auf der straße verteilt und ich zeige euch jetzt erstmal die bilder davon und wir sehen uns gleich danach kommt der glitsch und jetzt wisst ihr auch warum ich am wochenende keine videos hochgeladen habe war auf jeden fall richtig nice und ja dieser glitsch befindet sich an diesem ort der karte ihr braucht ein lkw so wie den findet man eigentlich ganz oft auf der straße aber ich habe einen tipp für euch geht ins internet auf warstock oder wie die seite sich ausspricht dann sucht ihr die mulle raus genau da dann könnt ihr nämlich euch kaufen immer wieder bestellen so braucht ihr nicht immer wieder dieser lkw zu suchen auf der straße dann ruft ihr einfach bei pegasus an und dann habt ihr schon diesen lkw so fahrt dann einfach hier durch diesen tunnel geht am besten in die ego perspektive dass ihr was seht so und dann müsst ihr genau hier in diese einfahrt rein da wo diese beiden pfeile sind wo ich jetzt hier gerade stehe da so dann parkt ihr den lkw so wie ich das genauso gemacht habe und ja steigt dann aus klettert auf den lkw drauf bis ihr dann aufs dach geklettert seid geht ihr dann ganz hinten zu der wand klettert noch mal klettert noch mal und zack seid ihr in den wall breach drin richtig nice und dann könnt ihr gucken wo ihr rausschießen könnt ich habe es gerade auch ein bisschen getestet aber ich wollte sich mit raketenwerfer versuchen aber man sieht schon da gehen die schüsse auf jeden fall durch müsst ihr dann wie gesagt mal testen leute ja ich hoffe euch hat das video gefallen plus die bilder vom wochenende wie gesagt dass ihr euch da nicht wundert warum ich dann keine videos gemacht habe halt es war auf jeden fall richtig geiler abend zwei tage habe ich damit meinen leuten ein wenig gefeiert hat und ja da kam ich leider nicht mehr zu am sonntag videos zu machen wie gesagt ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr lasst ein like da und ich bin mal wieder raus und sagt tschau euer tommy so watch peace